Ja, mein Opa. Droppen sie was. Fuck! Where is that? Nein! Leute abballern, Zombies abballern, alle abballern. Mach das nicht rein! Okay, dann hebst du ein bisschen so und dann speak it loud and clearly. Mein Freund hängt immer an der Konsole und zockt. Am liebsten spiele ich prozedual erschaffene, randomisierte Spiele. Ich hab eine Wii, aber ich spiele so gut wie nie. Haha, so gut gewandt. Am besten guckst du noch mehr so aufrecht, glaubst du, wenn du's so vor dein Face hältst und an die Frage vor sich, dann ist das, glaub ich, geiler. Ich spiele gerne Survival-Spiele, also wo man dann so ein bisschen guckt, dass sein Charakter immer was zu trinken oder zu essen hat. Das hat man mal gesagt früher, bei unseren Jungs, wenn du kein Geld hast, hast du New 4 Speed gespielt, um die geilen Autos zu haben. Okay, ich glaub, du stehst ein bisschen zu weit hinten. Du bist vielleicht nicht ganz fokussiert, das ist, glaub ich, geiler. Wenn du das Leben nicht in den Griff gekriegt hast, hast du halt Sims gespielt. Sims spiel ich auch gerne, muss ich zugeben. Sims spiel ich auch gerne. Du hast hier so ein bisschen Sand in deinem Auge? Ja. Also, ich hab früher Sims gezockt. Das Leben nicht in den Griff gekriegt ist, dass du halt Sims geschrieben hast. Und Singstar. Okay, das ist richtig peinlich, gell. Hier oder in dem? In dem war's genau. Mach einfach nochmal so. Vielleicht kannst du noch was vorsingen, vielleicht? Ist das grad dein Ernst? Willst du mich verarschen? Gib dir ein Mikrofon, warte. Was soll ich denn da singen? Oh mein Gott. Okay. Kann das ja nicht. Ne? Hm? Und ja, ansonsten jetzt zum Beispiel PUBG, Leute abballern, Zombies abballern, alle abballern. Alles was abzuballern ist, zu baller ich ab. Ich bin ja der FIFA-Typ. Tatsächlich. Und meistens auch mit Freunden, also das ist schon noch was Gesellschaftliches. Wie heißt das? Today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. And by now you shouldn't somehow realize what you gotta do. Vor allem meine Mama hatte da glaube ich große Angst davor, dass ich nur mit einer Konsole vor dem PC bzw. vom Fernseher sitze. Deswegen habe ich nur Spiele geschenkt bekommen, wo man sich bewegen musste. Ah ja, das ist ein Opa. Ein bisschen nach vorne. Ein bisschen nach vorne. Zum Fernseher. I don't believe that anybody feels the way I do. Wie heißt man Yoga machen kann und Lotta so zeugt? Ich habe FIFA am Computer gespielt, aber auch Fußball in echt. Und ich glaube so eine Kombi ist ganz gut. Just Dance, also wo man tanzen muss. Ah, 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 ah. Oh Gott, Leute, ihr macht mich fertig. Macht das nicht rein, bitte nicht. Ohne Ton, ohne Ton, bitte. Ohne Ton. Hä? Was? Ich check's nicht.